Jetzt hat's dick aus, ich lüpfe vollkommen aus. Wieder schön da oben hingehen geboxt. Alter, uhrm. Wow, der Typ. Ah! Wow! Boah, ey, ich bin ja so cool. Und hab schon wieder Lely voll vergessen. Was? Ich dachte, der bouncet nicht. Mann! Die haben irgendwie ne Bouncebox, ne Bounce-Hitbox. Da brauchst du Hilfe. Nein! Olle Kameraden, lass mich doch in Ruhe. Guck mal, wie ich den hier weh tue. Man hat aber irgendwie trotzdem ein bisschen Angst, Alter. Weil man manchmal denkt, triff ich jetzt seine Hirtbox oder doch lieber die Bouncebox, Mann! Lach, lach die Kamera eigentlich. Ist das so ein Lachen? Ich glaub ja, ne? Du kannst ja gar nix, Mann. Überspring lieber diesen Part. Das mach ich nicht. Ich werd hier alles selber schaffen. Und der Letzte sein. Der hier wird lachen. M-m-m-m. So, jetzt aufpassen, da nicht wieder zerquetscht werden da. Meine Güte. Ich trag bald Güte. Mann, was zum... Oh! Mann! Das ist immer so scheiße, wenn du die Spikes an der Seite... Okay, die Spikes sind aber erhitzt. Die Spikes sind heiß. Okay, gut. Aber trotzdem... Mann, was zum... Ey, das ist was an der Ecke immer durchglitschen. Ganz komisch. Seht ihr das? Dankeschön, Liesbert, für deine zwei Sub-Geschenke, die du verteilst. Dankeschön. Es sieht manchmal aus, als würde er einfach nur durchglitschen. Das gibt's doch nicht, Mann. Das ist irgendwie nicht richtig. Wenn sie am Markets gucken. Wow! Oh! Speed One. Oh, was zum... Ich spring doch in der... Ey, das ist richtig doof gerade. Die anste komischen Stellen hier. Sieht aus, dass ich so Schwierigkeiten... Ja, was soll ich machen, Alter? Wow! Mann, schon wieder... Komische Bouncebox überschrieben. Oh, Lady is back. Mann, nicht schon wieder! Mann! Vor allem diese... Manchmal diese... Die sind stoppen, wenn ich getroffen werde. Das ist manchmal auch solche schön das Momentum nehmen. Ihr wisst doch genau, was ich meine. Aber ich werde es schaffen. Ey, die kommst du wieder her? Mann, das ist... Ey, die fliegt immer genau... Genau! Woa! Oh Gott! Du, du, du du! Geh специ loosest mal hier zu schaffen sein. Buch! Lady! klingeln der neue checkpoint das kam ich die kurze goldene kamera mal die schwierigkeiten nein stimmt nicht oh der war reingerollt so stehe übel mann Lely kommt doch mal her jetzt was zum Lely ok Lely kriegt kein Essen mehr ich auch nicht er wird etwas zu sehr will Leute das ist immer so bei den Leveln wo man dann warpt wenn man das ja alles schon gesehen hat dann will man einfach schnell durch checkpoint so jetzt geht es ja schon wieder jetzt sind wir schon an der Stelle wieder ich darf jetzt nicht ok der Typ da hat einen Warp-Punkt gemacht dass die sowas können ey wollen wir nicht wir gehen weiter warte der Typ der nee warte mal der Warp-Punkt nee kommt der erst später ich bin doch eigentlich da ich bin jetzt woanders leck mal lecker so jetzt sind wir wieder da ja alles easy keine Ahnung wo die Fracht hier hin liefert oder was da drin ist aber wir brauchen uns nicht mehr interessieren wir waren oben bei Warp-Point so da ist der Checkpoint da muss jetzt irgendwo die letzte und fünfte Münze sein ach du Scheiße Verfolger-Raketen jetzt was soll denn das ist das nicht darum geht es irgendwo hin muss ich so ein Ding mitnehmen oh äh toll oh bei mir habt ihr Schossen ey Da, und würdest du noch mal hingehen. Wo? D-d-düm-düm-düm-düm-düm-düm. Alter. Da, und ist die Münze da unten. Wow. Ein, ein Gatje. Shit, ne nehmt du. Ich wurde richtig gepressert, ey. Von den dummen Kanonen. Marcel deine Haare, Marcel's Haare sind ungefähr so viel wert wie Gold. Wirklich? Das ist einfach eine schöne Einschätzung, Leute. Mann, da wird man irgendwie immer getroffen. Mann! Meine Haare sind ja auch aus echtem Gold, Leute. Das ist meine Wertanlage für später. Man muss immer für den Notfall vorgesorgt haben, ne? Wenn Twitch nicht mehr läuft, wenn YouTube nicht mehr läuft. Muss man halt vorsorgen. Mann, man soll doch durch. Was? Oh, hat's auch schon alle günstig, aber Wow, ey Oh nein, ich will nicht Ich werd verfolgt Auf keinen Fall Die Rakete hat's kaputt gepasht, ey So, das hätten wir Bumblebee, freigespielt So, 100% abgehangen Hängepartie abgehangen So haben wir gleich 30 War noch gar nicht in den letzten Gebieten drin Aber das ist halt, dass die letzte Welt erstmal noch ist Ist so geil Da kann ich jetzt auch so nicht rein, ne? Nee So Hängepartie abgehangen Lass mal abhängen Aber hoffentlich zu unserem Gunsten Einfach die Level kreativ, also in der Overworld, wie das gestaltet ist, wie man daraus die anderen Varianten macht, das ist echt cool So, wobei, es fehlt immer noch die andere Variante von der ersten Welt Fehlt immer noch Sie haben dieses Level echt auf den Kopf gestellt Nee, wieso wie sie? Das waren wir Also nicht komplett verkehrt rum Aua Aua, na toll Ob ich die Bombe brauche? Vielleicht nicht, ne? Eigentlich braucht man die Bombe nicht, ne? Für den da Die wird aber doch nicht dafür da sein Ich kann ihn aber auch so platt machen Quacks, ändere ich die Übel Scheiße, Mann Oh, da oben ist wirklich was zum Wegbomben Aber nur für Federn Okay Da kann ich doch getrost sagen Okay, Secret Way, oder? München Way Äh Okay, jetzt Der sollte jetzt gar nicht rollen Alter, Lady, da war er gequetscht, Alter Lady ist tot Daumen ist ne Münze Wollte er bestimmt die Bombe für Müssen wir's mal kurz merken Weil mit Lady könnte ich den so killen Aber ohne Lady nicht Brauche ich ne Bombe dafür? Ah, ne, brauche ich nicht Okay, gut Gott sei Dank, Mann Oh, sogar mit Checkpoint Oh, das ist gut Das ist Supi Aua Jetzt komisch Er wird nicht durch die Lücke durchgegangen Yeah, Münze Nummer 2 Schnips Man, als ob jemand auf diese dummen Dinger rumjumpt Da hat keiner Bock drauf Aber auch so wirklich keiner Ich mach's trotzdem Toll Wissen bleibt der immer da, ey Willst du mir überhaupt nicht Wenn die ganzen Fehlern alle kreuz und quer fliegen Komm her, du Sau Das ist wieder ne Bombe Oh Okay, wo ist so viel Bräut, die? Oh Gott, ja Für den Typen? Bestimmt nicht Ne Münze Ich bin geschockt Ich bin wieder mal geschockt Man Lady, bitte Yeah, und Oh, ein Kombo into Lady into Kombo into Tod Was bräut die Bombe denn überhaupt? Die nehmen sie einfach mit Nein, was? Man, wie rutscht der denn immer runter? Das lag dann immer ganz komisch Und weggerutscht Ey, jetzt sind die Checkpoints alle da, ey Sonst würde ich Ich würde sonst Mad Wer denn Da war so richtig Mad Wow, Alter, Ultra-Kombo Mad Alter, Doppel-Kid Double-Hit Werdet ihr auch bei dem Spiel so mad? Yuka ist halt floaty Ja, ich glaube auch Oh, zu früh Mann Nein, wir machen kein Twitch-E-Mode E-E in LLL weggerutscht Mann Die Mucke wird irgendwie so ein bisschen Als würde die Mucke sich über den Küssig machen Alter Alter, was? Chris Nein, die scheiß goldene Kamera schon wieder Ich dachte, die goldene Kamera ist irgendwie eine Preisverleihung oder soweit Aber nicht hier im Spiel Jemand, der einen sagt Brauchst du Hilfe? So Ich glaube, damit soll ich eigentlich den Typen halt killen, aber Mal gucken So, das ist jetzt hier besonders lustig So Das war Münze Nummer Nummer 2 Ups Mütze bräut nicht, aber den hier killig Mh Warte, sind jetzt so viele Sachen, das muss ich mir holen Ne, ne Ups Ups Static, ich muss mir holen Nee Trägt aber an sich viel Cash Was zum Okay Ach, ist wieder so eine Bombe Ich kann nicht speichern Bitte mal irgendwo speichern Ah Okay, gut Ja Bewegt nicht Bewegt nicht Springen oder weiter Ach, ist doch ein Scheiß Mit den Federn ist immer so dumm mit den Rülpstüpen Ich nehme einfach, was ich kriegen kann und fertig Dün, dün, dün Lely Klingeling Blingeling Oh, 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 oh Dün, dün, dün Toll, Checkpoint, ey. Was soll ich mit der Bombe machen? Gute Nacht, alle, die schlafen gehen. Schlaft schön. Da gibt's so viele Bomben. Ah, das ist wieder eine Quebe, Alter. Deswegen. So, jetzt sind wir schon wieder bald bei dem Schwingen-Modus. Ja, Münze Nummer 4. Ja, so. De-de-de-de-bam. M-m-m. Komm, das Level machen wir auch auf Ani komplett oder? Was ist los, Mann? Wird noch mal ein Checkpoint vorher? Oh nein. Also bitte, jetzt sind da Hairways. Ich bin doch nicht doof. Ja, dann sind wir nicht. Ey, der hat jetzt die fünfte Münze gehabt. Dann weiß er das immer nicht, ne? Sag mal, nee. Nee, nee, nee. Oh Gott, die Dinger drehen sich jetzt aber halt schon schnell, ey. Ich schau wieder, so ein Ding. Oh, da geht's dann da unten? Weil die, 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 ich glaube, der... Warte mal, das willst man natürlich ja ausprobieren. Ich glaube, der, die, die, der, der Geist ist da lang geflogen. Ich so von Checkpoint ganz schnell. Wow! Oh ne, da um! Ja! Okay, schnell! Ah! Ah! Ja! Ich hab alle Münzen! Raus hier, Mann! Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe gar nichts. Yay! Oh Gott, ich musste den da oben irgendwo ballern lassen. Mann, Lely vom Haus, du bist doch nicht dumm ab, immer! Mann, ist doch die Scheiße! Okay, los! Hey, Lely, mal durch die... Fang mich doch! Ey, ich würde mit Lely nicht mehr einklatschen, Alter! Ja! 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 So ne Freudendreher würde ich ohnehin machen. Wer schießt sauer auf, Lely! pute, ja, in! Bo resistance! T 2019 W W B Wir